Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder Crossout zusammen mit dem Tino. Hi Leute, so und ihr seht es vielleicht schon, ich baue hier gerade die Räder ab, weil ich hier jetzt wechsel auf die dicken Bäm wieder. Naja, eigentlich sind es genau genommen nur die Medium. Ich habe mir nämlich jetzt am Markt ein Steering Wheel noch gekauft und ja, die bauen wir jetzt erstmal hier dran. So, übrigens reparieren, wir haben ja noch hier ein kaputtes, 0 von 20. Wenn wir zwei kaputte haben, können wir ein ganzes draus machen. Auch cool. Auch cool. So, bei mir seht ihr hier den neu umlackierten Tuckenmobil. Du hast lackiert oder was? Ja, ich habe rot gekriegt, aber das ist kein rot, das ist pink. Oh lol. Fisi, fizi, fizi. Was macht man denn mit ihr? Ja, weiß ich auch nicht. So, warte, dann muss ich hier, wenn du hier umlackiert hast, muss ich auch nochmal kurz die Spreter und dran halten. So, grüner Auspuff kommt immer geil. Äh, Bartell. Warte, was haben wir hier? Hm. Gehen wir mal weiter auf Räder, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was wir noch brauchen. Ich würde gerne einfach mal so ein... Du musst ready drücken. Ich würde ganz gerne einfach mal ein Steering Wheel bekommen. Wo stellst du die... Äh, wo baust du die... Ach, guck mal hier. Nein, die nehmen gerade einen, müssen wir wieder kurz warten. Äh, wo baust du... Äh, diese Repair Kits für die Wails? Müsste ich gleich mal eben gucken, wo das war. Ich meine auf, ähm... Oh, jetzt können wir auch ein paar blaue. Hm. Auf dieses, äh, Weiße, bei, äh, bei Engineers. Weißt du, du hast ja dieses Manufacturing, oder wie das da heißt. Bei dem Weißen, musst du ein bisschen weiter runter scrollen. Da gibt es irgendwie ein Repair Kit, ja? Genau, ja. Du hast irgendwie 90 oder 80 Scrap Metal. Okay. Du kannst dich quasi einmal reparieren, während der Fahrt. Ja, so wie das da steht, ja. Okay. Sind wir blau? Nö, wir sind rot. Nö, wir sind blau. Blau. Ja, bis jetzt sind wir noch gar nichts. Stimmt. Oh, die... Oh, hier steht einer mit einer 88. Auto ganz drauf. Lol, da ist einer. Krass, da ist einer sogar mit Dings, äh, mit sechs Reifen gewesen. Ist das nicht ein bisschen verschwenderisch? Weiß nicht. Ich habe hier den übelst kurzen Radstand, weil ich nicht so viele Teile dran kriege und alles. Meine Räder, ey, wenn ich da eine Nummer größer dran baue, dann schleift das Profil. Vom Vorderrad am Hinterrad. Also, und hier haben manche, die hauen ja das Chassis, die Chassis raus und alles. Obwohl, kannst du mit mehr Chassis mehr Teile dran bauen? Ne, ist eigentlich auch Quatsch, oder? Ich habe keine Ahnung. So, hier rechts brennt wieder die Mietzahreste, Frisi. Ich bin hinter dir. Ja. Ich fahre hier wieder außen lang. Ich glaube, die kommen nämlich immer da oben. Ja, da oben kommt der erste. Boah, Leute, habe ich den getroffen gerade, oder? Hab ich den getroffen? Ja. Alter, Alter. Da kommt noch einer hier hinter uns gleich. Lass uns hier rumfahren. Der ist gut gespinned, oder? Oh, ne Witz. Komm, ja. Ich komme. Wo will er denn hin? Der haut ab. Komm, wir fahren in die Base. Wir fahren in die Base. Ich werde von hinten beschossen. Fähre dir doch eh am besten. Ja, aber der Karre gerade. Boah, Tito, der nimmt mich voll auseinander. Ehrlich? Tino, der hat mir alles weggeschossen. Ja, tut mir leid. Ich habe ja gerade mit dem eins zu tun. Da schießt der mich auch leider auf mich. Ich kann nichts mehr tun. Leute, jetzt verlaut er mir den auch noch. Warte, ich komme, Frisi. Ich bin tot. Du bist tot? Ich bin tot. Boah, Alter, wir ficken den dafür. Füße, wir werden dich so rächen, Alter. Ich habe ihn, ich habe ihn zerstört. Wie hieß er denn? Keine Ahnung, wie der hieß. Komm nicht rum, mein Wendekreis. Wie ein LKW. So, die Caption, ne, wir Caption schneller, die Caption schneller. Shit. Okay, da kommen noch zwei von uns. Meine müssen hier aber auch drin bleiben. Ja, fahrt rein jetzt, ihr Idioten. Alter Schwede. Caption wir jetzt wieder schneller? Ja, eindeutig. Da kommt noch einer. Oh, 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 oh. Der darf nicht hier reinkommen. Yo, nice. Ja, cool. Das war knapp, Alter. Ich habe schon fast eine Brille vom Kopf gehauen. In der Aufregung. 793 XP. Endlich mal. Wow, lol. Ich habe einen Outerfender bekommen. Und noch so eine Cabine. So eine große. Ich habe schon wieder Medium-Wheel-ST bekommen. Ach, leck mich doch mal. Ey, ganz ehrlich. Oh, die hatten wir lange nicht. Oh, ja. Aber die ist auch eine schöne Map. Schöne Map. Ey, 800 XP. Das war gut. War eine gute Runde. Ich habe nur 100 gekriegt. Ich bin noch früh gestorben. Schöne Map, du warst ja auch eine Dreiviertelstunde tot. Nein, passt schon. Capture the enemy base. Capture the enemy base. Oh, die Seite mag ich ja gar nicht. Ich mag die andere lieber. Ey, jub. Ich war trotzdem runter. So, mach Platz hier für meinen Regenbogenwagen. Juhu. Oh, lol. Lass mal so ein bisschen links halten. Oder warte, ich fahre hier wieder hoch. Ne, ich fahre hier nicht wieder hoch. Oh, ich bin unsicher. Oben auf der Brücke ist eine Menge los. Könnte sein, dass die über die Brücke fahren. Oh, 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 oh. Aber da springen welche runter. Oh ja, ich sehe es. Oh ja, oh ja, Papa fickt ihn, Papa fickt ihn Haben wir hinten die ganze Seite weggehauen, der ist krassentod Nein Ich muss hier weg Ja, steh da hinten und mach doch mit deinem Scheiß runter Ich hab leider nur noch 2 Räder, das doof ist, ich fehlen auf einer Seite 2 Das heißt, ich kann nur im Kreis fahren, lock sie zu mir, ich töne die alle Was sind denn die? Oh, die schießen mir die Reifen weg Lock sie doch zu mir, ich kann dir ein bisschen helfen vielleicht Ja, ich kann dir gar nichts mehr machen Andray, Mann Wo haben wir denn den Tino? Warte, ich komme Ach Mann, das ist doch scheiße Ich verstecke mich hier im Wasser Kann ich schon mal nicht brennen, das ist schon mal ein Vorteil Das leben nur noch 2 Ja, super Die müssen sie einfach nur zu mir loggen, dann wäre das Ding geritzt Das ist eine schöne Knarre da oben drauf Macht die gut Damage? Die haut rein 20 Millimeter Auto, Auto Cannon Guck, es geht einfach nur hier so, warte Oh ja Boah, die macht schon schön, aber wir haben gewonnen Nice Prize, Victory Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt ein bisschen mehr kriege hier Ja 550 Warte Methium Beer Wieder kein SD Ich flipp hier aus, ey Das gibt es doch nicht Ich kriege übelst viel so Benzin So Fuel Ja, Fuel Bell habe ich auch gerade gekriegt Und sieben Scrap Metal Dann lass mal eins machen, lass mal nach der Runde noch ein Raid machen Ja, gut Willst du dir Kupfer holen, oder was? Ja, Kupfer und Tickets Ja Vielleicht irgendwann auch mal so einen blauen Container aufmachen können Beziehungsweise ab Stufe 10 scheitst du eine neue Fraktion frei Ja Das Raid, ich verlinke es In der Mitte treffen wir uns Alles klar So ähnlich Hey, 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 hey Der hat mich hier gegen den Brückenpfeiler abgedrängt, dieser Vollidiot Lol Irgendwas Jetzt von unten ran, Alter Und dann werde ich den von hinten wegficken So, jetzt pass auf, halte ich fest, Alter Oh, der hat aber eine dicke Panzerung Uh Oh, hier sind aber viele Ich habe gerade ein Problem, Friesi Ich komme vorbei Äh, nee, nee, er hat sich erledigt Bist du tot? Jo Hoppala Was ist eigentlich mit diesen ollen Fässern? Ich habe keine Ahnung Diese Fässer, die man da reinbauen kann, ey Das verstehe ich bis heute nicht Oh, jo, 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 was ist denn mit dir? Ja, der ist ein bisschen ugly Oh, lol Komm, schieß mit drauf, wenn du zu zweit seid Oh, der vor dir brennt, ich muss dir helfen Viel Damage machen wie geht An dem anderen hier Versuch das MG wegzuschießen Der brennt übelst, der brennt, Alter Jetzt hast du, jetzt hast du Jetzt hast du Friesi erklärt So, vier leben noch Ich fahr mal rüber zu deren Base Ich habe einen Reifen verloren Vier leben noch, ist aber doof Aber wenn du jetzt Captures Könnte man das Ding reißen eigentlich Dein Kollege kommt mit Nee, dein Kollege ist tot Nee, wo ist er? Was macht er denn? Ich habe keine Ahnung Warum fährt er denn nicht mit in die Base? Ach so, der hat vorne gar keine Reifen mehr Oh, no Äh, lol Feitig Oh, der ist aber Der hat aber viele Räder Pfeiße Ich habe versucht, den Knarre wegzuballern, ey Jetzt haben wir nur noch unseren Boah Was ist das denn für einer, ey? Alter Der hat nur eine Knarre Ja, aber den Rest haben sie weggeschossen Genau, oder das? Yo Schade Ach, shit, ey War gar nichts So, wir gehen da zurück zur Garage Ja Ich habe nur 13 Scrap Metal gekriegt Mehr nicht Äh, das ist nicht vier Get the Rears Victory Okay Get the Rears Victory Okay Oh, scheiße Was denn? Mein Fahrerhäuschen ist kaputt Komplett rot Komplett? Komplett rot, ja Komplett? Komplett Ich habe das denn jetzt repariert Na hier Warte mal Repair Übrigens hier, Leute Haben wir auch noch mal Porträt Das heißt, hier können wir Unsere Fratzen eben ändern Je nach Fraktion und so weiter Dann haben wir noch Trophies Also Sachen, die man eben Erfüllen kann Wo man Sachen bekommt Und hier sind auch die Sticker Ach, hier sind die Sticker Genau Na cool So, okay Bist du soweit? Ich bin soweit, ja Dann machen wir Battle Raid Können wir immer den einen Raid nicht machen Kann man den wirklich nur Zu einer ganz bestimmten Uhrzeit machen? Ich habe keine Ahnung Wie das da läuft Ah, Normal Defense Ich glaube, das wird nichts Ne, brauchen wir auch Level 10 Und PS 3000 Haben wir nicht Dann machen wir easy Easy Defense, mein Freund Da können wir wieder richtig wegholen Wenn man da wenigstens Richtig viele Punkte kriegen würden Hier, wenn sich das richtig lohnen würde Von dem Dings her Das wäre geil Man ist von der XP Ja, wenn du überlegst, was hier weghaust Ja Starts and Dream Two One Okay, wir müssen dorthin Ich brenne schon Protecten Alter Scheiße Was denn? Ich habe nur einen Lebenspunkt Du für ein Bock? Ja Ist das dein Ernst? Ja ohne Nütz Warum denn das? Weil mein Führerhäuschen kaputt ist Aber ich kann es nicht reparieren Ja, hättest du das andere draufbauen müssen nochmal? Ach, scheiße Ach, ich regle das auch hier mit ein Lebenspunkt So Na, wo kommen sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Die nächste Welle kommt jetzt Ja Oh, der will nicht folgen Ach nee, das bist du gleich Habei Habe auch einen Habei Wo, wo, wo? Da Da ganz hinten Oh, da ist auch schon tot Oh, anderes Ziel Ja Äh, wo? Das suche ich auch gerade Hä? Ah, dahin So langsam, ey Das geht überhaupt keine Kuhhaut Ah, dass du noch lebst Wundert mich, Alter Das wundert mich auch Die haben mir hinten einen Reifen weggeschossen, aber Hä? Ich lebe noch Bin da Ich auch Bin ready, mein Freund So Wo sind sie? Wo sind sie? Ja Ja, was denn? Oh, da Da, 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 da Und wie bei dir? Jo Boah, hinter uns kommen sie auch Ja Den einen kurz hier zu stören Habe einen Habe noch einen Ramm jemanden an Geh weg von mir Und du hast Blut Held Du Bitsch Oh, no Aber Problem ist, ich kriege immer nur diese hässlichen Assists, ey Das geht mir voll auf den Sack Mal hier vorne die Dinger wegschießen Ey, wie viele kommen denn hier? Ja, das sind ein paar, ne? Arbeit Uiuiui Und dann ist er weg von dir? Arbeit Oh, ich werde von hinten voll beschossen, ey Was er wieder draußen kann, dass er sich nicht bewegen Und Komm, du Bitch Arbeit 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 Jetzt fährt er weg Oh, man Ich bin tot, ey Bist tot? Komplett tot? Ja, Return to Battle Ich habe immer nur noch einen HP Das ist shit Die zweite Protectant ist auch schon offen Ach, da steht er genau vor mir, alter Okay, das ist ganz schlecht Ich fahre mal schon zum zweiten hin Okay, wir haben hier aber jetzt geklärt, glaube ich Ne, immer noch einer Oh, die greifen schon das zweite Ding an Wenn der mich trifft, ist es vorbei Das waren sechs Stück, ey Ich bin tot Werde ich tot gerammt, alter? Oh, das nächste Mal kostet 129 dieser goldenen Punkte, um wieder nachzujoin Ach, du scheiße, alter Was geht denn da hinten ab? Gucken wir mal dem Manus zu Lol Es ist ein Boss Und Boss ist located Alter Viel Spaß dabei Oh, Tino, du kriegst Probleme Wir verlieren unseren Protectant, die machen da voll Damage drauf Ja, ich weiß schon Ey, wo kommt der denn jetzt her? Los, du musst das regeln Die ganze Welt hofft jetzt auf dich Alter Ich werde nichts sagen, aber Aber? Guck mal, was hier abgeht Ja, ich sehe es Und irgendwo dazwischen ist noch ein Boss Ja, ja, der ist hinter mir Und ich habe jetzt Jetzt habe ich keine Waffen mehr Oh, nein Kannst du nochmal wiederkommen? Ja Man wird wahrscheinlich nichts bringen, ja? Ne Wir müssen mich aber dazu erstmal töten hier Was ist denn da mit deinen Kollegen da hinten? Warum macht der denn nichts? Ich habe keine Ahnung Der schießt gegen Zug Scheiße, das schaffen wir nicht, alter Es sind noch neun Enemies, ey Wie soll ich das schaffen? Keine Chance Was? Fuck, alter Ey, was machen die zwei? Die stehen... No way Oh, fuck, ey So ein Mist, oder? Das hätten wir eigentlich schaffen können Der eine stand einfach nur rum Und hat geschossen Ja Der hat nichts gemacht, der Bob Na gut, Leute Ja gut Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Schaut beim Titel vorbei Der steht unten in der Videobeschreibung Und ich sage Tschüss Und bis zum nächsten Mal Tschüss Ich sage es Ich sage es Ich sage es